Stadtwerk-Henz mit dem SC Preußen Münster. Runde 1. Classic Quiz. Wer war der Gegner des SC Preußen Münster am ersten Spieltag der laufenden Saison? Bro, Wattenscheid, war's los? Oh ja, das stimmt. 4-1 gewonnen, ich hab Tor geschossen. Darum weiß ich das, anders hat er das nicht gewissen. Was ist die Motteck-Strehle? Motteck-Strehle? Ist das, weil ich kein Deutsch kann? Motteck ist der Hammer. Hammer. Überleg mal, wo ist das Preußenstadion? Hammer. Hammer, Strass. Der hat mein Leben aufs genommen. Nenne eine der drei Buslinien der Stadtwerke Münster, die am Preußenstadion halten. Ey. Ich sag nur etwas, 42. Ich hätte gesagt, ich schwör auf meinen Muttern, ich wollt 200 haben, ja dann sag ich 47. Es wäre die 1, die 5 oder die 9 gewesen. Ich bin immer mit Fahrrad hier. In welchem Jahr gründeten Schüler des Johann-Konrad-Schlauen-Gynasiums den FC Preußen? Ich war's, 1906 oder nicht? Ich war's. Das ist so einfach. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist so einfach, das kann ich nur zu… Ja, okay. 1963 bestritt der SCP sein erstes Bundesligaspiel. Gegen wen? Dortmund. Möchtest du noch raten? Ja, ich will noch raten, ja. Nein. Ähm. Eins, zwei… Nein, nein, nein. Okay, gerade noch, gerade noch. Ähm. Ein bisschen verorschen, Alter. Ähm. Hey, sag mal was jetzt. Okay, ich sag Hamburg. Jawohl. 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 Jawohl.